Die Vorbereitung fängt eigentlich schon im Winter an. Wir machen auf der Piste Snowforming, solange das geht von der Spalte her. Das heisst, wir schieben Kanäle, wo es nachher einblasen, so bleibt der Schnee auf der Piste. Trainingsbedingungen sind im Moment wirklich sensationell. Es ist sicher ein Grund, dass wir hierbleiben und nicht auf Südamerika müssen, weil wir zwei Pisten nicht abwechseln können. Diese hier ist sehr gut präpariert, sonst wird es noch besser. Wir haben das Glück, dass wir hier in Saas Fee zu Hause sind. Heim-Nation. Wir dürfen hier sicher ein wenig Privilegien ausspielen. Das macht natürlich sehr viel Sinn für uns und es macht natürlich auch Spass, dass wir hier eine solche Piste wie jetzt mit Sprünngalm bauen können. Das ist schlussendlich und eigentlich praktisch die ganze Welt. Also jedes Land ist hier vertreten, das im Skiwalköp ist und täglich sind über 70 Mannschaften hier. Und wenn man das so rechnet, pro Mannschaft 20 Leute. Da muss man selber ausrechnen, wie viele Leute das sind.